Wohin fließt das Geld? Ja, das wollen wir Trader natürlich sehr gerne wissen. Die Frage kann ich Ihnen beantworten. Es gibt dafür einen Indikator, den Money Flow Index, kurz MFI. Wie der funktioniert und wie Sie ihn letztendlich für Trading verwenden können, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Als Beispiel nehmen wir den Deutschland40 in unserer Plattform. Hier ist der Indikator schon mal eingezeichnet. Was ist der MFI eigentlich? Neben der normalen Kursentwicklung wird auch hier das Volumen berücksichtigt. Natürlich kann man jetzt hier auch sagen, steigt das Volumen, dann steigt der Markt und natürlich auch umgekehrt. Der Money Flow Index können wir sowohl als Trennfolgeindikator als auch als Oszillator benutzen. Zuerst die Variante Trennfolgeindikator. Wenn wir hier uns eine Nulllinie einzeichnen, also einen Mittelwert, in diesem Fall wäre das hier ab 50, dann fungiert der MFI als Trennfolgeindikator. Oberhalb von 50 haben wir eine Aufwärtsbewegung, unterhalb von 50 entsprechend eine Abwärtsbewegung. Jetzt kommen wir zum Bereich Oszillator. Der Money Flow Index, der zeigt uns auch an, wenn Übertreibungen vorliegen. Das heißt also, wenn wir hier den Extrembereich von 80 überschreiten, dann gilt der Basiswert als überkauft. Und wenn wir die überkaufte Zone nach unten verlassen, dann sollte nach Möglichkeit eine Position geschlossen werden. Aber wie bei vielen Oszillatoren gilt aber auch hier in starken Trendphasen, ja, versagen Oszillatoren schon mal gerne. Nichtsdestotrotz, nach einem sehr starken Kursanstieg signalisiert uns der Money Flow Index sehr gut. Extrembereiche, wenn die nach unten verlassen werden, sollten Gewinne realisiert werden. Und daran ist bekanntlich noch nie einer gestorben. Aber der Money Flow Index, den können wir auch als Divergenz- bzw. Konvergenzindikator verwenden. Das heißt also, Schlagwort ist die Divergenzanalyse. Und hier sehen wir zum Beispiel, der DAX ist hier nach oben ausgebrochen, aber der Money Flow Index fällt. Das heißt also mit anderen Worten, der DAX steigt, aber offensichtlich wird laut dem Money Flow Index Kapital aus dem DAX abgezogen. Sie sehen also ein Indikator-Oszillator mit gleich mehreren Funktionen. Haben Sie den Money Flow Index ausprobiert? Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen? Oder letztendlich enttäuscht? Wenn Sie Fragen oder auch letztendlich Kommentare haben, schreiben Sie diese unter dieses Video. Weitere interessante Videos zu diesem Thema finden Sie hier und folgen Sie uns auf YouTube bitte hier.